Das Jahr 2020 werden wir uns wohl noch länger merken, erleben wir doch alle gerade eine Pandemie. Aus diesem Grund wollen wir drei Minuten Umweltrecht heute ein klein wenig missbrauchen. Nicht über das Umweltrecht reden, sondern über das Epidemiegesetz, das es in Österreich gibt. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander von der Rechtsanwaltskanzlei Niederhuber & Partner mit Sitz in Wien und in Salzburg. In Österreich gibt es seit 1950 das sogenannte Epidemiegesetz. Das Epidemiegesetz regelt, wie mit ansteckenden Krankheiten in Österreich rechtlich umzugehen ist. Es regelt beispielsweise, wie mit infizierten Personen umgegangen werden kann, umgegangen werden soll. Es ist die Rechtsgrundlage dafür, dass beispielsweise beschränkende Maßnahmen gegen Betriebe oder direkt gegen einzelne Personen in Form von beispielsweise Versammlungsverboten oder Versammlungsbeschränkungen erlassen werden dürfen. Aus Anlass der Corona-Krise, wenn ich sie so nennen möchte, hat der österreichische Gesetzgeber parallel zum Epidemiegesetz ein eigenes Rechtssystem geschaffen. Ich nenne es jetzt einmal unter Anführungszeichen Covid-19-Regelungssystem, bestehend aus im Wesentlichen einem grundlegenden Gesetz und darauf aufbauend mehrerer Verordnungen, die vom Bundesminister gleichsam für das gesamte Bundesgebiet entsprechende Maßnahmen vorgesehen haben. Beispielsweise Betretungsverbote, beispielsweise die bekannten Beschränkungen, dass Theateraufführungen mittlerweile wieder, aber nur mit einer beschränkten Personenanzahl zulässig sind. Das Epidemiegesetz regelt aber auch, dass bei gewissen Beschränkungen entsprechender Ersatz der dadurch erlittenen Verdienstentgänge zu leisten ist. Ich habe vorher schon gesagt, das Covid-Regelungssystem wurde parallel zum Epidemiegesetz erlassen, weil in dem Covid-Maßnahmengesetz heißt es so schön, die Regelungen des Epidemiegesetzes bleiben unberührt. Während das Covid-Regelungssystem keinen Verdienstentgangsersatz kennt, kennt das Epidemiegesetz einen solchen eben schon. Wenn daher gesetzte Maßnahmen gleich auf welcher Rechtsgrundlage inhaltlich Maßnahmen nach dem Epidemiegesetz sind, dann steht unter Umständen ein solcher Ersatz zu.